ja hallo der Matthias ist wieder hier und ja der Otter auch ich freue mich dass ihr euch das Video wieder anschaut heute mal wieder ein etwas anderes Format diesmal mit Lego wir werden hier live bauen und ich hoffe dass ihr Spaß daran habt ja dann fangen wir mal gleich an was haben wir denn hier schön ist kannst du das erst mal vorstellen genau die 75 96 5 Jahre aus der Harry Potter Kollektion Aufstieg Voldemort und dann werden wir heute bauen dann haben wir noch die 70 43 1 Hidden Zeit das Schloss der Dunkelheit das aussieht wie ein Leuchtturm heißt das wirklich Schloss der Dunkelheit Leuchtturm der Dunkelheit und zu guter Letzt noch von Star Wars 501 Sturmtruppen auf jeden Fall werden wir heute bauen das das Harry Potter Set und auch den Leuchtturm und zwar ist unser guter Otter zurzeit sehr an Harry Potter interessiert deswegen hat sich das ganz gut gepasst mit dem Voldemort und ich möchte eine kleine Serie über Leuchttürme machen und von daher kann ich dann das ganz gut gebrauchen ja dann würde ich sagen fängst du mit dem an Star Wars nehmen wir das mal zur Warte und der Solid ist selber Snape bewacht das ganze der passt da vorne auf richtig ich kümmere mich um das habe ich vor das wollte nur mal schauen was man da macht das ist ja die riesen Lego Verpackung die muss man immer kaputt machen ja das ist sein Nachteil Abenteuer der Rückseite die App habe ich schon runtergeladen meine Anleitung ist mit dem Figurenlust ich habe auch nur zwei zwei Tüsen zwei Beute die gleich mal aufmachen ach so das wird laut das wird gar nicht laut ja dann wird es laut ihr bekommt ein Kopf das ist der Kopf von Harry Potter ja bei mir fängt auch mit einer Figur an die Tüten können wir einfach unter den Tisch werfen das machen andere auch ich tue das immer in den Karton rein ach so egal das geht auch das wird wieder laut ich packe erst immer von die kleinen auch schon aus ja die kleinen ja ach jetzt mach ja nur hattest du Nummern drauf ne ne auf deinen Tüten nö glaub ich egal wir werden schon alles wieder finden ja klar der Tisch ist groß genug das sowieso mhm ja Otter dann erzähl doch mal wie kommst du zu Lego ursprünglich tja Lego früher als kleines Kind Star Wars Lego sehr viel gebaut sehr viel gewollt sehr viel gekauft ja ganze Kinderzimmer voll ganze Kinderzimmer voll mit Lego ja stimmt oh das sind ja wieder noch Männchen mit die Simpsons ja die Männchen haben zwei Gesichter bei Lego ja genau Männchen Gesicht genau muss ich sein Unterkörper noch finden da ist er einmal jedenfalls ist das der Richtige oder nicht der Richtige wie heißt dieser Typ hier das ist Peter Peter und Peter Parker ne nicht Peter Parker das ist Wurmschwanz ok nicht Peter Parker das ist was anderes stimmt und die richtigen Haare schon leicht erkraut der Heli ja so du 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 Untertitelung. BR 2018 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 Schade, schade Schokolade. Keine Spenden für Matthias. Keine Subs. Die kommen auch noch. Und wieder eine Seite geschafft. So. Erste Teil geschafft. Ja. Das ist so laut. Ach so, nicht so laut. Und da eine... Das ist so laut. Und das ist so laut. Ich bin sehr gut. Und da ein bisschen... Das ist so laut. Okay. Achso, ja das hier soll ein Smartphone sein. Aha. Das hier. Da haben schon die Charaktere Smartphones in der Hand. Waren die Aufkleber schon gedruckt? Oder ist es gedruckt? Das ist gedruckt. Nice. Es gibt auch gedruckte Teile von Beko. Es war nicht von allen. Von allen. Dafür haben wir die geilen Aufkleber. Die da hält immer verschmäht. Ja. Und was haben wir hier? Noch alle Stufen. Eine habe ich schon. Das ist die zweite. Kommt da drauf. Dann kommt der andere. Dann kommt der andere. Und das sind alle Türen. Hier. Piu. Alle tot. Ein Skelett. Ein Skelett hier. Piu. Alle tot. Ja. Das steht nicht von allein. Ich muss nicht aufschützen. So. Buh. Das steht nicht vor. Ja. Das steht nicht. Ich habe jetzt erstmal zu dir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 bestimmten schnellboot was modifizieren wir haben doch hier schon ein speedboot ich glaube ich habe hier einige schritte übersehen du hast hier was wird stimmt hier fehlt das hat er noch nie so gemacht das wäre ich hier auf der anderen seite passt das besser naja schau mal hier passt es und da passt es nicht wo jetzt ach da da hast du doch auch doch mal oder wie da ist das doch ich habe ich gar nicht gesehen guck doch mal da da sind doch zwei sachen hingemacht worden da da muss diese hier das ist wahrscheinlich hier von vorher nicht überblättert da kommt das nicht mehr die erst noch mal dazu diese obacht beim lego bauen das heißt wenn sie mir egal soll das bauen können steht das doch ja bei dir die lügen wenn ich das nicht bauen kann kann dass ein siebenjähriger auch nicht bauen ja irgendwie kommt mir das so vor dass auch die hier was übersehen hätten einartig ja dann machen wir das mal passt da gar nicht so passt das ist ja mal wieder runter jetzt haben wir gar keinen trenner hier dabei kein teil der trenner frag doch hast du? ja naja da in den großen Sets ist immer einer dabei praktisch brauchst du dir nicht teuer kaufen für vier euro pro trenner das stimmt das hat der Held auch schon gesagt mach das bloß nicht bei jedem größeren ist einer dabei ist einer dabei also ja ja du du Vielen Dank. Oh, eine Platte. Ach, jetzt kommt wieder Aufkleber. Geht wieder los, die Seuche. Die Aufkleber war ich ja. Da kommt er rein. Der ist hier. Und noch zwei davon. Ja, der Stuhl ist gefährlich. Schon auseinandergegangen? Nee, geht noch. Geht noch? Das ist der Stuhl des Schicksals. Da kenne ich der Fruchtbarkeit. Das sieht kompliziert aus. Ich denke immer dran, ein Siebenjähriger soll das bauen können. So ist, so ist. Das. Da, das. Da, da, da. Da, da. Zum Schluss eine Kröte drauf. Und der wohnt dann da. Genau. Da war ein Tausendfüßler. Ah, da kommt das dann dran. Ach, diese Lateinne gab es auch beim Harry Potter-Zeit bei ihm rein. Ja. Mhm. Mhm. Oh, macht sich, macht sich, macht sich. Ach, hier machen wir Werbung für die App. Da, der ist hier. Oh, der haut ab. Ja, der ist hier. Oh, der haut ab. Da, Peter. Ach, Harry. Ach, alle ungeschmissen. Tod. Alle tot. Na, der, der in der Szene stirbt, den gibt es ja nicht in dem Set. War ein? Ne, das ist ja das Hedwig. Den haben sie ausgespart. Den haben... Ja, da wollten die wahrscheinlich... Die Etät. Wollen sie Geld sparen. Wussten. Da ist der Kopf. Ja. Ey, guck mal, der hat kein Wendegesicht. Ne. Ich finde das... Mit dem anderen sieht das doch cooler aus. Ja. Nimm das was besser. Dann musst du auch das durchsichtige Gesicht nehmen. Ja. Ja, ja. Das hab ich doch schon. Ja, das sieht geil aus. Sieht besser aus. Mhm. Normal kann ja jeder. Ja. Pack ich mal hier hin. So, und jetzt macht er noch eine Hapuna. Der hat noch ein... Hundert? Äh, ich hab ja einen Aufkleber. So, einen zweiten. Ja, den letzten, ne? Ja. Das Trimagische Symbol. Ja. Z-Trick ist nämlich in dem Set vom Trimagischen Turnier mit Ball. Ja. Aber hier nicht. Da wo er stört, da, da haben die ihn rausgelassen. Da haben die ihn weggelassen, ne? Ja. Schief draufgeklebt. Ich kann den Held schon verstehen, dass Aufkleber blöd sind. Ähm, macht's das einmal oder? Ja, und dann halten die auch nicht ewig. Ist? Ja. Ja. Passiert. Doof. Der von Django, der Helm, der hat keine Aufkleber. Das ist gut. Ja, wir können.. Schauspieler. Ja, das ist… Ja. Ja, das ist gut. Epple mit dem, der hat es oft festgestellt. Ja, wir sind ja auch schon hier. Oh, ich hab ja auch schon hier. Ja, ich hab ja auch schon hier. Und dann zst. Ja, die sind ja hier. Ja, da ist ja da. Untertitelung. BR 2018 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 Letzte Tüte? Letzte Tüte, ja. Sehr gut. Ich glaube, das Heavy-Patter-Trett, was ich gebaut habe, hatte 3 F5-Stücken. Wow. Okay. Okay. Kann ich dir noch irgendwas helfen? Oder kriegst du es allein hin? Das krieg ich allein hin. Das ist schön. Hast du echt viele Aufkleber? Kleine Aufkleber. Bei Harry Potter hatte ich damals. Das ist doch immer eine ganz schön fummelige Angelegenheit. Ja. Trotzdem ist alles machbar. Was kann ich mir denn hier aus den Resten noch mal holen? Mal gucken. Einen Knochen habe ich für den Hund. Einen Halter für den Knochen. So. Hinter der Mitte. Da kommt das Messer da hin. Dann nehme ich den Knochen davon. Genau. Dann packen wir das Messer da rein. So. Das ist auch eine böse Falle. Dass du einfach den Weg stellst und dann geht einer vorbei. Ja. So. Bleibt mal ungebetene Gäste los. So. Wunder dich nicht, wenn du nachher auf Wette gehst. Da hängt ein Messer im Weg. Nein. Das war jetzt gemein. Unser Otter ist nie ungebeten. Unser Otter ist immer wohlgebeten. Wohlerbeten. Wohlgebettet. Voll. Vollgefressen. Vollgefressen. Wann war gestern? Gestern haben wir gegrillt. Da haben wir auch wieder ein chaotisches Video gemacht. Ich weiß nicht, ob das schon online ist. Jetzt zu diesem Zeitpunkt. So. Jetzt musst du noch mit einbauen. Hahaha. Pack den Mist da weg. Das wäre noch ein Weg. Das Messer. Meine Messervolle. Da kommt noch der Knochen davor. Wenn der Hund kommt, dann ersticht er sich da drin. Brauchst du noch Zauberstäbe für zu Hause? Oder hast du auch welche über? Hm? Hast du auch Zauberstäbe über zu Hause? Ich habe auch sehr viele Zauberstäbe. Das klingt herwärts. Ja. Irgendwie schon. Wenn ich jetzt Voldemort einen Zauberstopp in den Kopf stecke. Das geht sogar. Das wäre gemeint. Dann könnte ich ihm das Messer in den Kopf stecken. Trotzdem. Ich glaube, das ist doch für ihn. Ohne Scheiß jetzt. Hm? Dieses schwarze. Nein. Bist du sicher? Ja. Vielleicht hat er sich irgendwie ein Pfiffi aufgesetzt. So eine Perücke. Guck mal. Das passt sogar. Das muss ich zweimal bauen. Bring dich völlig durcheinander. Merke ich gerade. Weil ich nichts mehr zu tun habe. Teile-Trenner. Das ist ein Teile-Trenner. Kannst du es schaffen. Das könnt ihr euch von eurer Freunde trennen. Von eurer Frau. Was ihr euch nicht mehr gefällt. Dann sitzt ihr das hier an und ... Ist das getrennt. Ja. Da kommt wieder eine Klage hier. Wann fallen deine Jungs hier um, ne? Ja. Das lässt du bitte. Damit will ich nichts zu tun haben. Ja. Sir, sie wissen doch. Sie wissen, dass sie das nicht dürfen. Richtig. Und sie machen es trotzdem. Ja. Was wollen wir denn das nächste Mal bauen? Das nächste Mal? Guck mal. Den Geisterzug. Geisterzug? Gibt es einen Geisterzug? Ich glaube. Von Stranger Things gibt es das Haus. Oh, das ist aber teuer. Sieht aber geil aus. Upside down. Ja, ich weiß. Das habe ich mir bei Held mal geguckt. Das ist teuer. Das haben die doch auch zu zweit gebaut, ne? Ja, genau. Einer hat die Unterseite. Genau. Das wäre natürlich auch cool, das mal selber zu bauen. Aber ist teuer, sagst du? Ja. Ja. Was machst du da? Hör dir den Kopf angucken. Immer. Alles ist einfach schön. Das sieht geil aus. Die Geister. Die durchsichtigen. Gefällt mir. Lego macht schon gute Sachen. Gerade die durchsichtigen Sachen. Finde ich toll. So ein Neon ein bisschen. Ja, ja, ja. Willst du dann gleich die App-Funktion noch ausprobieren? Ja, das können wir jetzt auch noch machen. Muss man das im Dunkeln machen oder geht das auch so? Irgendwie hier sind sogar Farben. Was sollte das erkennen? Irgendwas. Achso. Ja. Du hast ja die App schon installiert. Ich mach die auf die mal jetzt nicht mehr. Doch, mach die drauf. Du kannst die selber drauf machen. Nein, Spaß. Mach ich noch drauf. Das ist alles deine Verschuldung. Du bringst mich hier völlig. Ja, weil ich nichts mehr zu tun habe. Ich werde jetzt eine Harpune. Ich werde den letzten Geist zusammenbauen. Oder ist das gar keiner mehr? Ist über, ne? Das ist gar keiner mehr. Schade. Das ist schade. Du bringst mich hier total aus dem Konzept. Ich weiß. Das macht gerade Spaß. Es kommt Leben in den Blog. Ja. Kannst du jetzt mal alles das sagen, was du schon immer mal im Blog loswerden wolltest? Ja. 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 Was ich mal loswerden wollte. Dich nicht. Dich wollte ich nicht loswerden. Nein. Nein. Ich bin wie ein Bumerang. Du hast mich einmal abgestoßen und ich komme immer wieder zurück. Das müssen wir jetzt aber aufschneiden. Ja. Alles gut. Kannst du ja machen. Och nein. Nein. Der Otter ist schwer am Aufkleber kleben. Die sind aber auch fies. Und dann lösen sie sich mit der Zeit wieder ab. Ja. Samt dagegen. Ich weiß. Ja. Das war als Kind war das immer. Ich weiß ja nicht wie jetzt die heutigen Aufkleber sind. Aber damals als Kind da sind die richtig schön immer wieder aufgesammelt. Ja. Mach mal Zeit. Das ist ja nicht so schön. So. Der Friedhof. Der ist Tom Riddle. Alles dein Verschulden hier. Ja. Es kippt um. Das muss sogar umkippen. Ich den da gar nicht drauf stellen. Muss er davor. Ja es klebt ja auch. Also es sind ja nicht so viele Aufkleber jetzt. Das war schon mal mehr beim Star Wars Set. Und bei Harry Potter auch. Ja. Und bei dem Schloss sind auch ganz viele von hier hidden sein. Ja? Ja. Wieso schaffen die das nicht das zu bedrucken? Ja. Das ist kosten, ne? Ja. Lassen wir es lieber den dummen Kunden machen. Das hat Lego doch immer so gemacht. Ja. Die machen geile Sachen. Aber mit Auf... Ja das einzige... Die einzige Lizenz die ohne Aufkleber auskommt ist Minecraft. Okay. Die haben gar keine. Nee. Die haben keine. Das sind die einzigen Lizenzen. Der Taucher. Der Taucher braucht noch die Harponen. Back to the woods mit Minecraft. Ja Minecraft und Lego können sie ja nicht. sehr gut miteinander kombinieren. Oh, deine Harpone. Schlicht dieses Auge. Der hat seine Frau umgebracht. Und wurde dafür nicht belangt. Ja. Ja. Die war aber auch nervig die Alte. Hä? Wenn ich so einen scheiß Kerl hier halte. No. Wenn er direkt vor ihr sitzt mit der Harpone her. Mit der Harpone. Dann weißt du was da gegangen ist. Ja. Er hat seine Frau umgebracht. Was der? Der Typ? Ja. Und dann hat er Bruce Lee noch verprügelt. Ja. Hey. Ich möchte sagen niemand verprügelt Bruce Lee. Schau dir doch mal dein Auto an. Ja. Ich wüsste nicht, dass es ihr Auto ist. Ja. Was parkt ihr das doch da? Ja. Beim Samset, ne? Ja. Wo so ein Randale-Typ mit ist. Stimmt. Mit Bruce Lee. Ja. Also, was erwartet sie? Die Frauen mordender Bastard. Und wolle dafür nicht belangt. Ja. Der Typ hat seine Frau umgebracht. Und er wolle nicht belangt. Belangt. Was? Der Typ da? Es gab bestimmt ne Untersuchung. Aber. War offensichtlich. Ja. War offensichtlich Notwehr. Genau. Und die so viel Scheiß erzählt hat. Wie heißt das? Quimsters Co. Oh Quimsters Co. Das erinnert mich ein bisschen an den Film. The Fog. Von John Carpenter. Kennst du den? Nee, nie gesehen. Nie gesehen. Nie gesehen. Das ist so das neue Meme hier bei uns. Nie gesehen. Das müssen wir den Zuschauern nochmal richtig erklären. Ja. Passt noch. Was ist das denn? Zwei. Die haben sogar teilweise Nummern drauf. Ja. Die Bauteile. Ja. Es nähert sich der Vollendung. Ja. Es nähert sich der Vollendung. Alles dein Verschulden hier. Das ist bestimmt das Licht dann. Das Leuchtfeuer. Ich könnte das sehen. Mit dem Kopf. Ja, hier. Der ganze Kopf. Das Leuchtfeuer. Ja. 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 Gut. Für Matthias ist das auch ungeduldig. Ja. Zeit ist Geld. Wann soll ich denn noch studieren? Die Kamera kann noch genau 13 Minuten aufnehmen. Ach so. Okay. Ja gut. Das passt. Wann soll ich denn noch studieren? Ja. Ja genau. Das nächste Mal bauen wir dann seinen Studienort. Also sein Zuhause, sein Bruder. Weil er ist nämlich auf American Samoa in der Fernuniversität. Studierter Jura. Ja. Und dann sagt Chuck, du bist doch kein richtiger Anwalt. American Samoa. Wie ist denn so? Das brauchst du gar nicht. Doch. Echt jetzt? Ja nimm es ruhig, nimm es ruhig. Scheißegal. Ist doch egal. Das landet ja eher in einem Topf. Das war von Voldemort, ne? Mhm. Ist aber dasselbe Teil. Ja genau. Dasselbe Morte. Das Licht brauchst du noch. Das machen wir auch. Alles dein Verschulden hier. Baust du jetzt echt das Licht? Ja. Cool. Und da kommt nicht der Geist mit rein? Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Das wäre ja geil. Kernuni amerikanische Samoa. Ja. Da wirst du kein richtiger Anwalt. Ne. Die haben ja tatsächlich eine landwirtschaftliche Universität. Ja. Da kannst du Landwirtschaft studieren. Aber da will das. Ackerbau und so. Hätte da machen können. Hätte da keiner. Ähm. Weißt du schon wofür diese Funktion da ist? Dann gehen wir erst mit der App raus wahrscheinlich. Das brauchst du doch gar nicht. Dann nehm ich dir den Kopf auch, wenn du ihn nicht möchtest. Und der Knochen. Der Knochen kommt da auch mit hin. Aber den ganzen Schwachsinn, den wir hier gelabert haben, den werde ich garantiert nicht auf Englisch übersetzen komplett. Das kann mir keiner zumuten. Das kann mir keiner zumuten. Guck mal, dass er dann den Knochen im Kopf steckt. Schon geil, was man mit Lego alles machen kann. Ja. Echt. Das ist schon. Das Leuchtung teuer. Ähm. Da gibt es bestimmt dann auch so ein Beleuchtungsset für, ne? Ja, aber auch für Harry Potter gibt es solche Beleuchtungen. Die sind teuer, ne? Die sind teuer, ne? Die sind teuer, ja. Ja. Dann muss man das auch selber verkabeln, ne? Ja, ja, ja. Kann man schon viel machen mit Lego. Schon Qualität. Hat halt natürlich seinen Preis. Tja, aber du bezahlst ja auch für ein Brötchen beim Bäcker oder sowas. Ja. Und das kannst du nur einmal essen. Und das kannst du nur einmal. Und Lego kannst du immer wieder auseinander bauen. Und du kannst ja auch sogar sagen, welche Sets du hast. Vor allem auf einer Webseite, die dir halt mal vorgestellt hat. Breakable, glaub ich, hieß das. Mhm. Und dann schlagen die dir halt die ganzen Sets vor, die du damit bauen kannst. Ganz andere Sachen noch draus machen. Genau. Hast du das mal ausprobiert? Ich noch nicht, nee. Aber ich hab ja auch noch nicht so viele Sets. Wo sind dann die Sets von früher, Alter? Die ist so aus. Die sind bei Hause. Im Keller. Hast du die im Karton oder aufgebaut? Mhm. Die müssten aufgebaut irgendwo in einem Karton liegen, ja. Oder so, ne? Genau. Hat man doch nicht... Äh, weg... Hat man ja nicht wieder auseinandergekommen. Früher, wo ich denke, so Star Wars Sets, die man aufgebaut hat, wo man... Als Kind brauchte man ja richtig lange dafür. Ja. Da hat mir so immer mein Papa mitgeholfen. War man ja auch noch dumm. Da hat mir mein Papa immer mitgeholfen. Bei den Sets. Und manchmal war das so schwer. Ab sieben. Ja, aber... Ja, aber jetzt, heutzutage... Ja, aber jetzt, heutzutage... Lego... Musst du mal Lego Technik bauen? Das ist komplex. Nee, das ist aber so. Mit irgendwelchen Kurbelwellen. Getrieben. Kannst du ja machen. Lego Technik. Wer will sowas? Vielleicht machen wir das später mal. In einem der nächsten Vlog. Gepaart. 370 Euro hier. Von La Virginia. Ihr könnt uns ja in den Kommentaren einfach mal schreiben, wenn uns... Welche Tests bauen gehen. Nächsten Sets wir als nächstes dann bauen sollen. Dann machen wir das gleich. Dann kommt hier der... Wir müssen noch so einen Patreon-Account gründen und dann könnt ihr uns immer schön spenden. Für Kaffee. Und die Kugel. Wenn wir genug Geld zusammen haben, dann können wir mal ein Set davon kaufen. Ja, und der eine Typ, der da 200 mal das 501. Set geholt hat. Ja. Obwohl, das wird dann ja irgendwann langweilig. Alles YouTube-Money, ne? Das muss der... Der Otter euch dann in seinem... In seinem eigenen Video dann mal von Leipzig aus vorstellen. Ja, ja, ja. Wenn er das baut. Das kann er dann mit seinem iPhone filmen. Oder du schickst es mir dann. Dann binde ich das mit ein. Aber die sehen schon cool aus. Ja, ja. So super. Und die haben das Gesicht von Jango Fett und M&M. Genau. Geil. Oh, geil. Ist fertig. Ist schön. Schöner Leuchtturm. So bricht es nicht? Ja. Ja. Wie kommt der drauf? Ja. 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 Das müsste hier ja so rum sein, ne? Ja. Das gibt ja. 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 Guck. Ja. So muss das. Ja. Schön. Ja. auch hier so aus. Dann drehst du mal in die Kamera und was kann man da oben drehen? Ah ja, das Licht. Das sah cool, das sah aus wie ein Auge. Wenn das, kommen die Tentakel raus. Aber mach mal so, dass es in der Kamera ist. Ja, das ist der Leuchtturm. Sehr schön, hast du sehr schön aufgebaut. So, dann gucken wir mal mit der App, wie das ist. Also, ihr braucht für die App das Set und die App. Ja, und den läuft dann. Ja, hab ich doch gerade gesagt, das Set. Den fertig gebaut. Den fertig, genau. Dann starten wir die Hidden Site App, die du im App Store oder im Google Play Store runterladen kannst. Gibst dein alter ein. Den Screen, genau. Zeig dir mal zur Kontrolle. Ja. Okay, kannst du weiter machen? Ja. Dann drehst du die Farben. Drehe das Farbenrot. Das ist gelb. Noch gelb. So. Was passiert? Klar. Da, da ist gelb. Tippe. Gelb. Finde den Klom. Ja, such dir mal. Da. Klom entdeckt. Alle Klompunkte gefunden. Jetzt kann man noch das dann drehen. Mal hier, das hier so ist, gerne. Scanner. Ne? Münzen. 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 Münzen sammeln. So, dann kannst du noch auf Rot eine andere Farbe tippen. Dann findet ihr den Blumen. Ach. Darauf blau. Oh, faszinierend. Was ist der Leuchtturmwerter? Vielleicht von Werthau. Das ist der, ne? Ist der, der da so rauf oder wie? Hast du es? Der. Der Otter ist ganz fasziniert von der App. So ein Schwach. So ein Schwachsinn. Hier kommen die Tentakel nochmal raus. Ja, ich habe den Geist getötet. Sehr schön. Klasse. Ne, gefangen habe ich ihn. Gut, dann kannst du noch mal ein paar Worte sagen zu dem Set, was du jetzt gerade gebaut hast. Wie es dir gefallen hat und auch in Verbindung mit der App. Ja, das Set sieht natürlich gut aus. Das war auch leicht zu bauen. Vor allem nicht so schwer. Aber, naja, die etwas Schmutz. Ja, das ist halt ein Gimmick, was oben noch mit drauf ist. Aber ansonsten, der Leuchtturm sieht wirklich schön aus. Da sieht es schön aus, ja. Aber das mit der App hätte ich jetzt nicht gebraucht. Eigentlich auch ein schönes Modell zum Hinstellen. Ja, und auch gut zu bauen. Hier kannst du vielleicht noch eine Einrichtung hinbauen. Ach nee, hier hast du sogar eine Einrichtung. Hier könntest du auch noch ein bisschen was finden. Das ist das Zimmer vom Leuchtturm Werther. Ja, vom Leuchtturm Werther. Da tun wir den mal hin. Ja, genau. Der wohnt nicht unter der Treppe. Nee. Ja, und wie gesagt, bei mir passt das ganz gut mit dem Leuchtturm. Weil ich jetzt auch eine kleine Serie mit Vlogs zu Leuchttürmen bringen möchte. Und dann haben wir da einen ganz guten Einstieg mit. Ja. Ja, es hat mir viel Spaß gemacht, das Voidomod Set zu bauen. Und Otter hat auch Freude mit dem Leuchtturm. Und ein bisschen mit der App immer noch. Ja. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Dass ihr vielleicht sogar das gesamte lange Video angeschaut habt. Das ist bisher mein längstes. Das ist echt eine Premiere. Und ja, dann wünsche ich euch, dass ihr alle gesund bleibt. Habt viel Spaß. Und wir sehen uns dann schon bald in meinem nächsten Video. Also macht's gut. Und bis dann. Euer Matthias. Und... Der Otter auch. Der Otter auch wird Russisch im Auftrag zum Sack. Sato斯. Und liebe die Gerechten. Und das ist es gumynisch.